Willkommen zurück zu New Super Mario Bros. 3. Nene ist... Kaito! Und wir heißen ja ab nun... Kaizu Games. Stimmt's? Ja. Ist richtig. Und wir machen nun weiter. Mach weiter! Du willst doch nicht wieder zu Kamek, oder? Auch in die Welt! Die olle Hexe. Genau. Oh, ne, die Dunkelheit. Ich hab Angst, ich bleib hier. Ich wollt nicht eher... Nein, bleib hier oben! Tschüss! Ich hoffe, ich hab Angst. Wie komm ich denn da? Wie kann ich das denn aufheben? Gar nicht, ich spiele da Wasser. Das ist ja toll. So ein Jammerlacken. Luigi ist Angst, Hase. Der, der sonst immer vorrennt und mich in den Tod schickt. Nein, wieso bin ich mitgekommen? Du hast keine andere Wahl. Ja, ja, leider. Komm, Luigi, du kriegst auch extra die Feuerblume. Das hat sie ja gebracht. Ach, verdammt! Ja? Lauf mich hier fertig. Lass mich wieder raus. Okay. Jetzt kannst du weiterlaufen. Okay. 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 Das haben wir oben lang. Andere, leider. Und müssen wir nicht Dingens aufsammeln hier? Was? Münzen? Haben wir das schon. Gibt's hier keine weiteren? Nee. Ich glaub, das ist viel. Okay. Nein. Das war jetzt mal ein kurzer Durchrun gewesen. Hier ist die zweite Münze. Weiße? Nee, weiß ich nicht. Ist dein Spiel. Oh nein. Wieder mal die Pülze bricht. Fuck, fuck, fuck. Müssen wir sie hier alle rausholen? Die sind alle eingesperrt. Die müssen wir jetzt alle befreien. Wer jetzt? Das ist keine gute Idee. Die Blume hast du das. Doch, nicht mehr. Wir kriegen sie Minze ja nicht. Ach so. Da oben ist der gelbe Schalter. Warte, warte, warte. Geh du mal drunter, geh du mal drunter. Falls sie fällt. So, okay. Fällt nicht. Aber. Ja, 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 nein. Nein, sammle die Sterne. Ah, nein, sammle die Sterne halt. So, durchraschen. Ja, los, los, mach, mach, lauf, lauf. Flieb weiter, schwirn weiter. Da ist die Türi alle erst, ne? Wo bin ich denn eigentlich? Ich glaube nicht. Rette mich, rette mich. Dankeschön. Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Da ist schon wieder einer hinter mir her. Oh, so ein kack Verfolgerfisch. Ja, nein. Habe ich schon mal gesagt, dass ich was unter Wasserlevel haste? Ja, hast schon mal. Oh, oh, jetzt wird das schlimm. Jetzt wird es heftig. Was? Noch heftiger als jetzt schon? Ich glaube, die heftigste Stelle. Okay. Ich glaube, so Strömungen, die ziehen dich jetzt so nach oben. Wo bist du? Hier. Ah, ja, kann ich nicht. Geh einfach nach oben. Ja, ich bin herbei. Aber bei mir ist immer irgendwas im Weg hier. Warte, warte, warte. Ich hab sie, ich hab sie, wo bist du? Hier, hier unten. Ja. Und hier ist das Ziel. Yes, geschafft. Alle drei Münzen. Und beim ersten Durchlauf. Ja, das muss das mal sein. Ey. Warte, warte, warte. So, okay. Wer sagt, dass du auch da oben willst? Ha, hörst du. Ich 2.000, du 200. Denk da einfach in Google noch dran. Hm, ja, ja. Ich brauch's nicht. Ich bin nur froh, dass ich nicht Game Over gegangen bin in diesem Level. Und wir haben alle drei Münzen gefunden. Das heißt, wir müssen nicht nochmal zurück. Yay, kein unterer Wasserlevel. Nein. Jetzt kommt wieder Lava-Level. Ah, ich höre diese Level auch. Das sind alles Lava-Level. Ja, ja, genau. Das ist ja das Schlimme. Oh, das eigentlich nicht. Aber wir sind in der Lava-Welt. Und noch nur vor, Luigi. Und scrollen eben noch. Ach, das sind Bomben mit Dingens, ne? Ja. Alter, hättest du nicht warten können. Gut gemacht. Ah, ich hatte schon Bomben. Wusstest du das? Ja, weiß ich. Doch, weiter. Ich kann nicht weitergeben. Wieso nicht? Weil das Bild da nicht weitergeht. Ich muss warten, bis das Bild weitergeht. Okay, vorsichtig. Da kommt ne Bombe. Da kommt ne Bombe. Da kommt ne Bombe. Deine Schuld. Na, nicht meine Schuld. Du hättest einfach schräg legen können, dass die Bombe runterfällt. So, mal gucken hier. Genau, wir sind in der vorletzten Welt. Wir haben eh genug von den Items. Genau. Ah, ich hab nur noch ein Leben. Kacke. So, bitte nach dir. Wenn die Lava von Tegel nach unten wieder ist. Alter, alter, alter. Schub sie weg. Gut. Yes. Oh, oh, oh. Lass weg. Lass weg. Springst du da hoch, oder? Du. Ah, danke, dass du das rechtzeitig gesagt hast. Vorsicht, 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 vorsicht. Ja. Ja, ein Leben. Ja, das war auch meine Absicht. Deswegen hab ich die Münzen immer eingesammelt, die über uns sind. Okay, aber ich bescheid. Ja, gell. Was sollen wir denn da machen? Oh, oh. Machst du aber knapp. Weiß mit Vollgas. Ja. Oh. Warten, bis das Bild weiterkommt. Oh. Oh. Sei artig. Ja, das hatte ich gar nicht vor. Das war nicht geplant. Ah, du Sack. Das war bestimmt geplant. Kenn dich doch. Ja. Butler. Das war gar nicht mit Absicht, wenn ich die Bombe da dran mache. Ah, haben wir sie. Alles genauestens geplant. Alter, nicht in der Lava stehen bleiben? Das ist keine gute Idee. Nee, überhaupt nicht. Oh, fallen wir da jetzt runter? Hm. Nicht cool. Nicht cool. Komm, steuer weiter. Steuer weiter. Was machst du da jetzt? Steuer weiter. Verdammt, ich wollte da hochsteigen. Oh. Ach, ach, ich hab die ganzen Vögel. Ach so, ich kann ja nicht schießen. Nein, kannst du nicht. Ich muss es ja in einem Lava-Strom baden. Du bist mir abgekackt? Ja klar, weil der Zweifel gleichzeitig kam. Der eine und der andere oben. Scheiße. Ich komm nicht mehr wieder. Ich muss weitermachen. Vorsichtig. Okay, jetzt müssen wir... Ich bin mir die eine. Ja, toll. Okay, aber ihr habt gesehen, wo sie sind. Wo sie ist, oder? Mhm. Ich dachte, ich fall jetzt noch runter. Na, das wäre auch hart geworden. Jetzt lauf. Lauf, kleiner Luigi. Ja. Na ja. Wird es auch ein Leben gewinnen können. Wird es auch ein Leben gewinnen können. Aber immerhin habe ich... ...überlebt. Ja, 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 ja. Oh man, ich gebe over. Ich wurde auch nicht zu weit meine Torte schumpft. Jetzt kommt ein 33. Anlauf. Echt? Zu viel erwischen? Nee. Sieh ich noch nicht. Scheiße. Das ist nochmal ein Glück gehabt, ey. Nee, nee, nee. Wieder mal rein. Wir müssen die Münze holen. Noch mal die Münze holen? Genau. Muss das sein? Ja, muss sein. Ah. Schreibt mal in die Comments. Muss das wirklich sein, wenn ihr die Münze seht? Reicht das auch, wenn ihr die seht? Es muss sein. Wenn wir 100% machen wollen, dann müssen wir es nur 100% machen. Ah. Hilfe. Nee, du schmeißt mich jetzt auf die Bombe. Alter. Fahr zu, fahr zu. Ich hole nur die Münzen, um Leben zu bekommen. Lass, 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 lass die doch nicht auf unsere Dinge sauf. Fahr einfach weiter. Achtung, achto, achto, da kommt einer von oben. Achtung, achto, achto, achto. Achtung, da kommt noch einer. Und ich sag noch. Münzen, sehr wichtig. Was war's? Ja, dann geh du mal durch das Ding da durch. Ja, du steuerst, dass er auch mal hier runtergehe. Ja, ja, ich weiß. Aber ich weiß nicht, wie das geht, das Steuern, deswegen lass ich dich dazu. Einfach nur die Wii-Fermintigung zu reden. Aber du hast damit einen Lampschark. Ja. Okay, und weiter geht's. Ah, Kacke. Runter damit. Ach, lass, lass. Das haben wir doch schon. Die Münze haben wir doch schon, ist doch egal. Ach, ja. Endlich mal. Hm, hier haben wir schon. Die dritte müssen wir heute ja auch noch machen, ne? Also, wir sind ja. Ja. Au. Oh, das war eine Kombi, die ich nicht erwartet hab. Ach, scheiße. Warte. Warte, nicht runter. Ja, ich kann nicht. Mann, ich sag dir, ich kann doch nicht steuern. Lass mich runtergehen von der Scheiße. Wenn du da... Du darfst natürlich nicht zu weit machen. Obwohl, soll ich wissen, wo das ist? Da hinter meiner. Da halte ich doch nicht die Stelle. Ah, wir haben Checkpoint zum Glück. Ja, haben wir ja schon passiert. Glücklicherweise. Los, wollen wir weiter. Scheiß auf die Bombe. Scheiß auf die Bombe, sag ich. Scheiß auf die Bombe. Die killt uns sonst. Weißt du? Ja. Vorsichtig, vorsichtig. Lade, aber vorsichtig. Weiter, weiter, weiter. Hey, du Arsch. Schon wieder. Schon wieder. Du sollst so weiter nach links. Das achte mal. Das achte verdammte mal. Du sollst so? Du sollst so weiter nach links gehen, damit ich schießen kann. Ich hätte auch so gehen können. Ich hätte mich nicht abdrängen müssen. Du hast es deine Schuld. Ich hätte noch ein Leben gehabt. Einmal verringern. Du sollst da unfähige Steuern. Warte. Ah, Mann. Warum kommt denn jetzt ausreichend da, der Vogel? Ja, warte, bis ich wieder da bin. Damit du mich als Sprunglingens benutzen kannst hier. Warte. So, jetzt mach. Mach doch, bevor ich sterbe. Mann. Also. Jetzt bist du. Jetzt sieh zu, dass du noch sechs Münzen bekommst. Nee, ich lieber steuere, dass ich ins Ziel komme. Ja, mach das. So. Unfähiger. Spack. Unfähig. Hallo? Du stirbst doch immer. Ja, durch wen denn? Ich komme gleich der 28. Anlauf. Ja. Und durch wen stirb ich immer? Ja. Schaut euch die Videos mal alle an und zählt mal mit, wie oft ich durch ihn gestorben bin. Mach mir mal die Freude. Du solltest nur da links gehen. Du bist doch ein unfähiger Horst. Also wer dich im Team hat, du musst keine Angst haben vor dem Gegner. Das war deine Schuld, dass du da abgestürzt bist. Nein, war es nicht. Du bist immer weit auf mich zugegangen. Und ich konnte nicht mehr hochspringen, weil der Block über mir war. Du hättest eigentlich springen brauchen. So. Jetzt verreckt doch. Ja, geh aber auch nicht in die Blase. Ja, diese Kacksteuerung hier. Nimm dir den Propeller. Nimm dir den Propeller. Schnell. Mann, bist du unfähig. Ich brauche keinen Propeller. Nö. Hälfte nicht. So. Mal raus. Müssen wir mal raus. Müssen wir mal raus. Was ist das doch? Warum soll ich denn die mitzudauern? Ja, ich komme doch auch nicht dran. Hast du doch gesehen. Wie gut das funktioniert hat. Ich hätte das geholt mit dem Propeller. Muscheln. Ja, ich kann mich hoch. Ich kann mich nur mit dem Propeller dann wieder verlichern. Mann. Was brauchst du doch nicht. Quatsch, was habe ich denn jetzt? Scheiße, egal. Was brauchst du doch gar nicht. Egal. Ich wollte eigentlich einen Pilz nehmen. Ja. Ich glaube, so war das nur noch ein Propeller raus. Und dahinter kommt dann noch einer raus. Nein, 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 das ist doch scheiße. Mann. Diese Propellersteuerung ist ja witzig. Scheiße. Jetzt zieht zu. Ich komme langsam nach. Ja, komm nach. Hier. Mach ich ja, mach ich ja. Mach ich hier noch einen Propeller. Oh nein, 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 nein. Scheiße, 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 scheiße. Ja, komm. Ah, das war deine Schuld, ey. Ja, tut mir leid. Und da bist du noch auf mich drauf gesprungen. Kein Wunder, dass wir ein Level nicht schaffen. Jetzt hol ich das aber auch. Na toll. Mit dem Wandsprung. Ja, kann ich nicht. Ich weiß nicht, wie der geht. Ich hoffe, wir müssen das Level noch machen. Ich weiß nicht, die sollen mir jetzt erstmal das extra Leben einmachen. Du musst mir doch sowieso dann nochmal rein. Was an mir schuld ist, weil ich gestorben bin, schon wieder gegen dir. Was ist das? Da, jetzt nimm du den Rotorkopf. Nimm du den Rotorkopf. Ah, ah, fuck. Was? Warum gehst du nicht weiter? Ich hab so gesehen, dass ich da komme. Und ich kann ja nicht ausweichen, wenn ich fliege. Ey, es läuft doch. Ne, ich muss einfach nur in den Flammen hier. Siehst du das nicht? Ja, hab ich. Aber da war doch keine. Ach, man. Man, wenn man das so falsch spielt, schiebt man sich ständig im Weg gegenseitig. Ja, ich kann eigentlich vorbei. Mit dir. Ja. So. Hast du unseren letzten Propeller verschwendet? Ja, und? Das krieg ich sowieso irgendwann wieder neu. Irgendwie ein kleines Haus aufsuchen oder so. Na, guck, kommt zwei Stück raus, ey. Ach, Mann, und ich hab meinen Bein auch wegen dir verpasst, weil du den geschnappt hast, der eigentlich für mich war. Kommst du nicht durch. Oh, ich hab den Fehler. Ja. Ah, ich hasse diese Kuba, die da mit am Weg stehen. Ach, fuck, Mann, war das nötig? Nein. Ich hab ihn heute wegen ihm gestorben. Nein, 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 nein. Das war nur so eine schöne Kombi. Ja, toll. Immer muss ich sie holen, hol den Propeller. Oh, ich komm da nicht hoch. Ach, Mann, müssen wir ihn gleich wieder holen, ey. Na, ich sag ja, ist doch kacke, man sieht doch, wo es ist. Was sieht man? Man sieht doch da, da hier die Münze. Ist doch kein Versteck, oder was? Nein, aber. Können die Leute das selber machen. Ja, ich hab ihn ja nicht mehr ein, hier. Fettmann. Ja, ja. Ach, verdammt, was ist das denn? Wo kommt der denn her? Ja, das hast du da gemacht. Wie funktioniert denn das? Wie funktioniert denn die Scheiße? Ich kann nicht schütteln. Ja, mach doch. Ja, ich weiß nicht wie. Mann, scheiße. Keine Ahnung. Kack-Level. Natürlich nicht, ist nicht mein Spiel. So, wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme wieder. Wir haben ja jetzt auf 13. Müssen wir weitermachen. Wir haben 18. 24 haben wir. Wie viel haben wir? 18. Tschüss, bis zum nächsten Mal. So. So.